Das ist Tom. Tom hat Schulden. Nicht nur ein bisschen Schulden beim Freund, so richtig viele Schulden. Und nicht nur bei seiner Bank, sondern auch wegen dem Telefon, beim Fitnessstudio und das Versandhaus will auch noch Geld. Sein Einkommen ist zu gering, um das alles zu bezahlen. Was kann man da tun? Im Lotto gewinnen? Und tja, wenn das so einfach wäre. Der reiche Onkel aus Amerika? Leider hat er den noch nicht getroffen. Tom bekommt von einem Freund den Tipp, mal zu einer Schuldnerberatungsstelle zu gehen. Aber wie funktioniert das dort eigentlich? Er surft auf www.schuldnerberatung.at und findet dort die Adresse, Telefonnummer, die E-Mail-Adresse der für ihn zuständigen Schuldnerberatungsstelle. Nach etwas Zögern greift er zum Telefon und ruft dort an, um einen Termin zu vereinbaren. Schon am Telefon erfährt er, dass die Beratung kostenlos ist und dass niemand was davon erfährt, wenn er das nicht will. Beim ersten Termin erklärt er seiner Beraterin, wo der Schuh drückt. Nachdem erst einmal alle Fakten am Tisch sind, wird gemeinsam besprochen, wie die Schuldnerregelung funktionieren kann, welche Möglichkeiten für Tom in Frage kommen und was sonst in seiner Situation noch wichtig ist. Nachdem er nochmals darüber geschlafen hat, entscheidet sich Tom, mit Hilfe der Schuldnerberatung, so eine Regelung zu machen. Regelungsmöglichkeiten gibt es viele. Das kann eine Ratenvereinbarung sein oder auch ein Privatkonkurs. Ganz egal, was kommt, Tom kann seiner Beraterin vertrauen. Sie erledigt Papierkram oder Telefonate für ihn oder gemeinsam mit ihm. Wenn es Probleme oder Fragen gibt, kann Tom sie anrufen und das mit ihr besprechen. Seiner Beraterin gelingt es schließlich, eine gute Regelung mit allen Gläubigern, das sind die Stellen, wo Tom Schulden hat, zu finden. Die Regelung passt gut zu Tom, seiner Situation und vor allem zu seinem Einkommen. Das ist sehr wichtig, damit er die Zahlungen auch einhalten kann. Wenn Tom das geschafft hat, ist er schuldenfrei und er braucht hoffentlich die Schuldnerberatung nie wieder.